Hallihallo, hallö schon meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ich bin der Onkel und wir zocken heute an Uncharted 4 A Thief's End. Ja, ich würde sagen, starten wir auch gleich los. Diesmal wird es ziemlich schwierig für mich, die Zwischensequenzen rauszuschneiden, weil die doch mitten in den Spielverlauf übergehen, wie ich das jetzt gesehen habe, weil ich musste ja schon mal antesten. Und ja, ich glaube, den ersten Screen, den werde ich für euch drinnen behalten, dass ihr mal seht, wie geil das gemacht ist, weil es wird wirklich schwierig zu schneiden. Und ja, da würde ich sagen, wir spielen das Ganze auf Mittel und machen die Kammer die Zielhilfe ein, natürlich, weil wir schauen, wie sie ist. Kann ja auch sein, dass die bloß minimal ist. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Okay, dann würde ich sagen, fortfahren und let's go. Ja, das ist echt nicht gut. Festhalten! Sie holen aus! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! R2 beschleunigen! Ja, genau, das meine ich. Das geht nämlich so geil ins Spielgeschehen über. Und ich denke mal, jetzt haben sie Kamerabewegen mit R. Boah, sind das viel. Boah, leck mich auf den Arsch! Ja, auf jeden Fall. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das hat nichts vorausgesagt und deswegen konnte man es mal drinnen lassen. Okay, ja, auf jeden Fall schon mal bis jetzt, ne? Der erste Eindruck, schon mal so erste grafische Eindruck. Oh, jetzt ist gerade mal einer durchs Boot gebackt. Naja, kann ja sein. Sieht schon geil aus bis jetzt, aber bis jetzt sieht man ja auch noch nichts, ne? Also, wir werden uns noch überraschen lassen, wie es weitergeht. Aber man kann schon mal an den Brettern am Boot ziehen, dass es doch sehr sehr reich ist. Bab! Sam, da! Okay, wo muss ich jetzt hin? Okay. Großes Boot! Großes Boot! Boah! Hihi! Großes Boot! Ja! Ei, 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 ei! Alter, alter, alter! Warte doch mal! Boah! Ähm, öh, okay, aufsteigen, okay. Das schaut auf jeden Fall saugeil aus. Nur runter hier. Alter, da sind... Da waren doch die Rotoren, Mensch. Das kannst du doch nicht machen. Ah, da ist er. Äh, 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 kreisende Medeckungssregeln, okay. Äh, da sind die Drehungsregeln. Okay. Ey, du Schwein! Aber wie viel halten die denn aus? Wahnsinn. Höh, der ist ungefallen. Ha! Scheiße! Der ist ungefallen, hat sein eigenes Boot kaputt gemacht. Nachladen, Dreieck drücken. Was? Ich habe mit Kale Viergeck nachgeladen. Ach, damit schlage ich, okay. Viergeck. Also, wie gewohnt, ne. L2 ist zielen. Also, Kreis ist sich verstecken. L2 ist zielen. R2 ist schießen. Ähm. Oh, ich muss jetzt hier ran. Zack. Äh, Viereck ist schlagen. Fahr direkt zur Insel, okay. Okay. Boah, Alter, so eine Felsen. Wahnsinn. Boah. Was ist los? Ich will da hin. Oh, ein Felsen. Oh. Ich... Äh, das... ...ist nicht der in Ernst jetzt gerade gewesen. So was kann auch nur mir passieren, liebe Freunde. Stopp, 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 stopp. Wir müssen ein bisschen ausweichen. Die sollen aber ein bisschen vorsichtiger. Vorsichtiger. Alter, was ist das mit meiner Sprache heute los? Leck mich am Arsch. Wo ist das denn? Boah. Ja, meine lieben Freunde. Ein angezockt diesmal mit vielen... vielen Cuts. Aber... was soll es? Ich möchte euch ja, wie gesagt, nicht spoilern. Ihr sollt ja selber noch die Überraschung beim Spiel haben. Wow. Und... Ähm... Und, ähm... Kann ich hier runter? Achso. Ich kann da runter, aber ich muss da nicht runter. Ich muss... Lass da mal runter jetzt hier. Oh. Ich wollte eigentlich... Alter. Alter, Alter. Oh, ha. Knifflig. Was mache ich denn nur? So. Komm hoch mit uns. So, ich soll jetzt beim Rutschen klettern... Äh, beim Rutschen lenken. Wupp, 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 wupp. So. Sehr schön. So. Ein kleines Loch. Was haben wir denn hier? Ganz zufälligerweise finden wir das natürlich hier. So, dann schieb. Ich will nicht einen besseren Aussichtspunkt haben. Ja, da lang, 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 ne? Kein Problem. Okay, man bekommt es angezeigt. Ich bin gerade... Am Umgebung aus... Anschauen. Wahnsinn. Richtig, richtig hübsch. Na gut. Hoppa. Oh, das sei wenigstens mitgenommen. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, hier geht es definitiv nach unten. Da wollen wir nicht hin. Oh. Oh. Ah, okay. Ein bisschen klettern, der liebe Nick. Oh, du Scheiße, bin ich jetzt erschrocken. Ach, Mann. Wie nett es doch ist, dieses Spiel. Schon wieder. Hopp. Ja, das ist immer ausgebrochen aus dem Ding. Boah, guckt man das Meer an. Kann man nicht einfach reinspringen, fortschwimmen, einfach weg. Hm. Ich könnte da runterrutschen. Seil am Pfosten. Vielleicht. Oh, gruppier uns einfach mal. Alter. Ach, da hin müssen wir. Hippah. Hopp. So, was war's mal hier? Das fühlt sich so hoch gleich. Oh, Entschuldigung. Das fühlt sich so hoch an. Wahnsinn. Auf nach oben. Sollen wir denn hier hoch? Boah, Leute, ihr wisst gar nicht, was ich jetzt für Bock hab, auf einmal die Reihe zu zocken. Hm. Hoch. Hoch mit uns. Hm. Ja. Boah. Ich dachte schon, ich bin wieder zufrieden. Ich hab' geschwungen. Boah. Okay. Warum passiert mir immer so'n Scheiß? Okay, man kann... Wenigstens hat der Bernds bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Okay, da geht's lang. Da. Warte mal, soll ich jetzt hier hoch? Ja. Ne, ich glaub' da... Könnten ich's da rüber. Oh, 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 oh. Schnell, spring. Alter, spring doch. So, bitte erst. Nach oben, ne? Denk ich mal. Aber ich möchte ja erstmal gucken. Wo ist aber denn hier? Ja. Das lese ich jetzt extra für euch nicht vor, denn... Ihr könnt ja hier Pause drücken und dann könnt ihr euch den Text hier durchlesen. Und das möchte ich nicht, denn ich möchte euch ja nicht spoilern. Oder sonst irgendwas. Ich will euch nur das reine Gameplay zeigen. Und ja. Prada-papam. Was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, ist, dass ein Multiplayer-Part von diesem Spiel auch noch kommen wird. Ein Multiplayer angezockt. Ähm... Wird auf jeden Fall auch noch kommen. Aber das wird ein separates Video. Warum kann ich denn hier nicht jetzt? Das wird ein separates Video. Und wird... Auch die Tage folgen, denke ich. R1 gedrückt halten und mit L ziehen. Okay. Puff. Schon krass, dieses Gummiband, was du da hast. Hup. So. Okay, ich geh jetzt lieber mal in die Richtung hier. Nee, darf ich nicht. Dann hör mal darüber. Jetzt geht's... Um die Ecke. Ich weiß gerade nicht, wohin. Oh, nein! Ich weiß gerade nicht, wohin. Jetzt bin ich auch wieder in die Tiefe gefallen. Das passiert mir irgendwie andauernd wieder. Das ist doch nervig. Darum falle ich immer runter. Und ich glaube, da lang komme ich gar nicht. Wie komme ich denn hier? Ist das... Ich glaube, hier ist irgendwie... Ich glaube, ich bin hier falsch. Oder? Weil hier kommt man ja nicht weiter. Ach, hier kommen wir weiter. Sag ich doch. Wir müssen in den... Oh, Alter. Jedes Mal bricht dir irgendwas ab. Und lustigerweise erschrecke ich jedes Mal. Boah. Ja, sorry, dass du jetzt da draußen dranhängen musst. Aber ich muss mich hier mal umgucken. Also, die Grafik ist schon echt. Also, die war ja bei Uncharted schon immer episch, ne? Aber hier. PS4. Oh, wir können hier im Knast reingucken. Krase Kacke. Hübsch ohne Ende. Ab. Ab. Hier, hier, hier. Bist du? Okay, dann fangen wir mal hier an. Ja, super. Jetzt muss ich natürlich den Brief angucken. Achso. Was? 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 Ähm. Achso. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Schütze und Skorpion. Ich glaube, das habe ich schon vergessen. Ich muss es ausschauen, wie er es ausgesehen hat. Mein Hirn rostet langsam ein. Ich glaube, wir haben hier eins. Okay, fangen wir halt mal von oben an. Sieben. Na ja, zehn. Ach, ist ja noch mehr. Hab ich sie denn da drauf gedrückt? Das ist doch gar keine Eins. Okay, man fängt jetzt. Das fängt ja irgendwie automatisch von eins an bei sowas, ne? Logischerweise. Oh, jetzt habe ich auch was. Ich sehe da oben einen Pfeil rechts nach oben. Das ist ja das, ne? Ach, hier. Also, das ist X. Das ist X, 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 X. Hab ich hier gesehen, genau. Habe ich doch gemacht. Gibt's da nicht. Das wird ja, ach so, vielleicht. Ja gut, dann machen wir mal die Zwei, ne? Die ist da vorne. Ja, hab ich doch. Hab ich die Zehn. Da. Geht nicht. Und was ist mit, ähm. Gibt's hier gar nicht. Hm. Ähm. Ich gucke mal auf den Plan. Ja, römische Zehn und ne Dings, ne? Und ne Zwei. Zwei und ne Zehn. Oh, die sind ja jetzt schon gedrückt. Gibt's hier noch eine andere Zwei und ne Zehn? Ne, glaub ich nicht. Vielleicht gibt's ja auch mehrere Einsen. Ach, hier ist noch eine Zwei. Und die römische Zehn und ne Zwei. Ach, nein. Hm. Hab ich was auf dem Brief übersehen? Schütze. Römische Zehn. Erstes Zeichen? Warte mal. Ja, ich geb's hier noch. Das gibt's ja gar nicht. Bin ich jetzt blöd? Römische Zehn. Und ne Zwei. Ah, hier. Jetzt hab ich's falsch gedrückt. Naja. Ah, ich wollte das hier unten drücken. Dann haben wir nämlich ne Zwölf. Bin ich blöd. Das hab ich vor uns gedacht, aber ich hab die Zehn nicht gefunden. Äh, die Zehn. Ich hab genau hier hingeguckt und hab nicht gesehen. Sieh sich das einer an. Okay. Umdrehen. Fakt ist, ich kippe ihn muss. Hm, zwei ist nämlich, äh, ja. L2. Kann man auch noch zoomen. Na gut, dann können wir uns ja wieder weglegen. Hm, das muss es sein. Dann mal zurück. Dann saft. Deswegen den ganzen Kraderbild. Dann springen wir doch runter. Auch lustig. So, L1. L1 und L. Kann man sich hier rausspringen? Also, kann man. Aber warum? Ich will da rüben rein. Naja. Dann will er halt nicht. Jetzt. War wieder gegen die Wand. Alter. Also knapp. So. Sind wir aber am Ziel. Und wir sind noch hoch. Und fertig. Scheiße. Durch. Oh, 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 oh. Darunter kann ich. Oh, Alter. Och, Mann. Und raus hier. Wieder in die schöne Natur. Auf Wiedersehen, Schulter. Ja. Ja, meine lieben Freunde. Irgendwie traue ich mich gar nicht. Und irgendwie traue ich mich gar nicht. Weiter zu zocken. Um euch. Die ganze Überraschung hier nicht zu nehmen. Okay, tschüss. Das ist irgendwie gerade so ein unüberlegtes Springen. Aber ich muss da hin. Hopp. Hoppa. Und? Na, muss ich doch. So. Ja. Boah, ich kann mich hier nicht satt sehen. Das ist so hübsch. Und wir da mit unserem Pfeilchen. Ob es da oben was gibt. Ach, der kommt wieder her, oder? Ne, das ist ein anderer Traum. Das war ich etwas irritiert, kurzzeitig. Ein hoch. Nein, nein, nein. Okay, okay, ich muss hier raus. Sorry, Freunde. Ein kleiner Cut. Ja, wie ihr jetzt seht. Ich komme, ich komme. Dann wir auf der Flucht mit durch den Dschungel. Was jetzt alles so passiert ist und sowas. Zwischendurch. Also, ich kann euch jetzt versichern, ihr könnt dieses Spiel ruhig anfangen, ohne von mir zu denken. Oh, ihr werdet gespoilert. Denn ich habe viel rausgeschnitten extra für euch. Um euch nicht zu spoilern. Das ist gerade verdammt laut. Ja. Und dann würde ich schon sagen, dass ich jetzt sogar das Angezockte hier vielleicht sogar beende. Und ihr dann das Spiel hier Uncharted natürlich selber zocken könnt. Und steuerungstechnisch und so absolut der Knaller. Grafisch habt ihr gesehen. Hammermäßig. Wer also die Möglichkeit hat, sich Uncharted 4 zuzulegen, greift zu. Es macht echt Spaß. Und jetzt schon im Prolog alleine sind so viele Sachen passiert. Ja, das müsst ihr euch reinziehen. Wie gesagt, ich habe viel gecuttet. Das weiß ich. Und, ähm, ja, aber eben auch für euch, dass ich euch nicht spoilere und so. Und ich hoffe wirklich, ich konnte euch mit dem bisschen Gameplay, was ich euch gezeigt habe, jetzt die Kaufempfehlung abnehmen. Und ich sage ganz ehrlich, greift zu, Leute. Der Ersteindruck, megamäßig, steuerungstechnisch, Bewegungsabläufe, einfach der Hammer. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem nächsten Angezockt wieder. Und ja, vielleicht sehen wir uns sogar mal in einem Let's Play von Uncharted 4. Mal schauen, was so die Zukunft bringt. Und ich hoffe, ihr versteht mich noch gut. Wegen dieser lauten Musik. Aber ja, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Ende für dieses Angezockt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Spiel. Es macht echt mega Laune. Leute, holt es euch, holt es euch, holt es euch. Da ist wieder mal ein Megakracher zusammengekommen. Okay, also dann. Ciao.